Boah, jetzt bist du ja in meinem Team. Seppi, du hast gestern noch richtig was verpasst. Oh ja, Alter, jetzt abging hier. Der wolle sein Leben nicht mehr froh. Okay. Mein Kill, Fotze. Ich will hier wirklich... Hi. Fick dich, Gegner eliminiert. Ich könnte ja mal wieder ein Best-Off für TGP schneiden. Ich glaube, ihr müsstet erst mal was aufnehmen. Wieso? Es läuft doch TTT bei uns auf dem Kanal. Echt? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, nicht aktuell, aber es sind Folgen drauf. Neueste. TTT, Alter, das will ich gar nicht mehr sehen. Klar, wenn es geil gemacht ist, ist TTT das geilste Spiel mit. Irgendwas anderes. Battlefield 3. Ja. Ja. Das wäre mir eine Idee. Das müssen wir mal machen. Meine Scheißmaß. Diese Maus, Alter. Ähm, das ist so. Dann mal so was da langer... Tag, oh, was ist denn da langer... Tag, oh, was ist denn da langer... Alter, können wir nicht wieder gegen kleine Kinder spielen? Das ist sehr schlimm. Gegen kleine Kinder spielen? Ne, das macht Spaß. Ne, das nicht. Das ist gut. Wie war das? Wer holt denn ein Messer, kommt die RPG raus? Ich. Spiele überhaupt. Battlefield 3. Oh. Mein Ente trifft mich noch nicht mal mit dem Raketenwerfer. Wie bist du im Gegner-Team jetzt, oder was? Nein. Wir überrennen grad deren Spawn, kann das sein? Problem damit? Nö. Das war eine richtig Scheiß-Miese-Wild-Angelegenheit, aber hey! Ist nicht schlimm, kriegen wir hin. Wir haben ihn. Denk ich. Wollen sie da hinten? Attacke! Wo ist denn da hinten? Ah, ich sehe ihn. Ja, da, da wo wir gespawnt werden. Ich sehe sie. Okay, Raketen fliegen doch langsamer, als ich dachte. Sonst hätte ich den getroffen. Ah, scheiße. Ich glaube, ich habe gleich noch ein Bier. Endlich will ich sagen, dass du scheißen schlecht bist. Oh, ich bin scheißen schlecht? Ja. Wow, fein, 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 fein. Ich bin tot. Oh, ich wechsle aber auf eine andere Waffe über. UMP 45. Die ändere ich aber nochmal um. Anpassen. Anpassung, Zubehör. Mit einem Reflex, würde ich sagen. Nee, auf eine Visierung. Tag Light aus. Schalldämpfer aus. Fick dich, Hurensohn. Von der AKS? Ist die besser? Nee. Schamlippengesicht, Alter. UMP 45. UMP 45. So, jetzt komm hier. Boah, wie ich sie hasse. Wie ich sie einfach nur hasse. Ey, du, wo bist du? Äh, tot. Alter. Ich komm weg, ey. Sind wir in einem Squad? Nein. Ja komm, mach mal. Erschöne mal dein Leben, Alter. Ich will jetzt mal wieder für sterben, oder? Ich hab jetzt mal keine Lust zu. Ich hab mein, mein frei. Okay, bin tot. Ja komm rein. Ja, nun warte doch erstmal, Alter. Ja komm, ich hab keine Zeit. Bist du, Alper. Bist du froh, wenn ich Wochenende ist, ja jetzt glaubst du gar nicht. Arbeit, du musst schinden, bis so umfällst. Wie ziehen die denn alle im Manur? Ja, ähm, bei einem anderen Spawnpunkt wieder. Boah. Spawnpunkt Nord. Ne, warte. Ja, doch Nord. Rossifix noch eins. Fahr gleich wieder LKW, das ist besser. Wenn die anderen beim Spielen das macht keinen Spaß mehr. Ich wollte auf die Hocken da hinten alle. Ach was. Wenn der zu zweit versetzt steht, oh. Ich lebe noch, ich lebe noch nicht mehr. Ach man, komm schon. Das waren noch schöne Waffen. PP2000 war doch noch ganz gut, oder? Deine Mutter ist ganz gut. Gibt's gar nen Schei-Limper drauf. Alter, die stehen zu zweit jedes Mal da. Lass uns auch zu zweit rumlaufen. Na gut, ob wir zu zweit rumlaufen oder alleine, ist egal. Du musst auch mit deinem scheiß Raketenwerfer treffen. Ich treffe die Mine nicht. Hey, vom Raketenwerfer hab ich getroffen. Oh, ich nehm die da auch wieder. Ich treffe nicht mit Maschinengewerden hier auf der Map. Das ist halt zu kurz in der Entfernung. Oh, findest du dich toll da hinten, mit deiner kleinen UMP. Die. Die hat dir deine Mama zu Weihnachten geschenkt, damit sie dir in deinen scheiß Arsch stecken kann. Das ist weg, halt dein Maul, du Penner. Keine bösen Wörter, immer mal Lade. Ja, stimmt. Ete, sag nicht du. Boah, Alter. Ich hab die Ete getötet. Bin ich nur dir. Ja, Alter. Beim letzten Mal hast du mir besser gefallen. Ja, hast du mich die ganze Zeit getötet. Ja, das war lustig. Bisser, ey. Pablo. Keine Ahnung, war's nicht nur du. Ich hab mich nur 20 Mal gekillt. Ich hatte ja 54 aufm Konto. Hm. Aber einer. Großer. Der Penner hat seine Granate abischt. Oh, ne 9, 15, oh weia. Oh, sie kann mal zählen. Boah. Was willst du machen? Überall sind so ne Affen. Ich seh grau, ich seh grau. Ich bin tot. Weißt, die stehen unter ner Treppe, die Pisser. Muss nachladen. Hey, hey, hey. Hi, Ete. Warte, ich hab ne Idee. Ich hab ne Scheißidee. 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 Ich bin wiederbelebt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, Alter, kannst du das schon gesehen? Hm? Marketplay hat neueres Hochverletztplay hochgedacht. Hm, echt jetzt? Heute? Heute. Oh, Marketplay ist so geil. Tumbrow oder sowas heißt. Tumbrow? Tumbrow? Die haben die P-Number. Ja. Da gibt's viel geiler. Boots. Hm. Na. Ne? Oh, was? Ich such mir grad nunst du mal. Weißt du, wenn sie bei Eroberung kämpfen, habe ich ja kein Problem, das ist ja nicht so schlimm, aber im Team Deathmage, boah, das ist genau dasselbe, wie als wenn ich bei Rush die ganze Zeit nur spazieren gehe, ich laufe jetzt mit der RPG in der Hand, das ist mir egal, da war einer, wo bist du, du kleines Luder, aber so, der blöde Neger hat mir den Rücken geschossen, ich lebe noch, ich habe ja auf Track Repeat, oh das läuft die ganze Zeit derselbe, ey, so, direkt viel besser, Das Video geht auch fast eine halbe Stunde, mhm, erschreinst du ja, nimmst du das eigentlich schon auf? Klar, hallo YouTube, hallo YouTube, hallo Internet, warte mal, Internet, wow, ich habe vorhin einen Fallrückzieher gemacht, der mich getötet hat, Internet ist Neuland für uns, oh man, aber das bist du, ich sollte mit einer Schrotfläche nicht auf Entfernung schießen, Enter, das hast du jetzt erst bemerkt, ja, Nee, nicht wirklich, da weiß ich schon Hab ich dich erwischt, du kleiner Penner, er hat mich erwischt Mit einer Schrotflinte, Alter, ihr seid genauso feige wie Ramp Ich darf hier auch mal in einer Schrotflinte rum, wenn er einfach gut ist für die Map Ah, Mann, wo stand denn der? Ja, du scheiß Camper, ich kann mich auch mal mit einem Sniper hinsetzen, was wollte ich aber nie machen Ich bekomme Battlefield Hardline, ich bekomme Dicken Ente, was nicht dick ist, kann nicht dick werden Ey, wie will ich mich wegrasieren Ich habe eine 811 Was ist denn los, ey? Oh mein Gott Ja, einfach jedes Mal der Bass nimmt Ach, das ist einfach nur ein Schlag Die Fresse? Was? Okay Extrem freu Jawoll, Banger Brennsohn Brennsohn Fick dich doch, ey Scheiß Premium-Spieler immer Halt's Maul So früh hast du es selber gesagt, weißt du? Habe ich gar nicht gesagt Jetzt bist du bloß für einer geworden, ey Du passt nicht mehr ins System rein, also Du passt nicht mehr ins System rein, also Du passt nicht mehr ins System rein, also Das ist einer von uns Oh, Alter Das haben wir nicht mal früher aufblenden können, ey Ey, das ist respektlos, was machst du? Und ich schieße auf deine Raster und dein Kopf sieht aus wie Bolognese, bist du, du Penner Ach, wie geht Ramada KP, Ramada KP, Ramada KP Heilung, Heilung, Heilung Achso, ich könnte dich ja heilen, ich bin Sanitäter Ich habe zwei Heilungen angefordert, aber kam nix Entschuldigung Ich heile keinen Aas Bisschen Sehen Alter, wo kommen die denn alle her? Ist da ein Netz? Nest oder was? Ja, ich räuchere das Nest gerade aus Lernwerfer wär noch geil in dem Spiel Ja, auf jeden Fall Musst du so einen Camper reinschleichen und einfach verbrennen Alter, da würde ich nur noch gegen die spielen Ich mag Ente Cross Das ist auch wieder einer von uns Oh, ey, sag mal So, der ist tot Oh, oh Scheiße Weißt du, siehst du eine Granate fliegen? Oh, oh Ich wollte sich einer hinten schön in unserem Spawnpunkt rumschleichen Oh, hast du erwischt? Na logisch Sehr schön Sind wir alles tot, wir müssen Feinde sein Robert Akil, Robert Akil, Robert Akil, ja, pass auf da Ich sehe sie Ja, du läufst auch noch 13 Metern, den weiter vorbei Denkst du auch, dass ich ja, welche drücke? Ich habe zwei erwischt, drei erwischt Oh Ah, ich bin Ende Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin